das ist mauer du bist auch nichts du bist die errötende nixe also haben wir hier alles aufgedeckt hier unten ist nämlich auch kein gebäude mehr da waren wir drin das war gewischt waren handel das war ein anderes haus also ein herrten wohnhaus normales und hier können wir ja nirgends lang gehen oder kinder doch hier können wir lang gehen und hier ist zum feiernden stör kein wunder dass wir den nicht gefunden haben so gut was bedeutet hallo leute da erstmal rein wir werden begrüßt ihr da wartet ich erkenne euer gesicht aus einem traum den ich letzte nacht hatte träume stecken voller weisheit die der wache geist selten ergründen kann erzählt mir eure träume gute frau und lasst mich wissen welche rolle ich darin spiele ihr wart ein gott aus eisen und ich beobachtet euch von unten so weit unten ihr wart unerschütterlich still unverrückbar ein bollwerk gegen einen turm den sturm und dann dann seid ihr zersprungen zerbrochen euer eisernes fleisch es zerriss in stücke und 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 ihr fielt auf die knie geschwächt es war grauenvoll ein wahres grauen und ich wachte weinend auf mein mann schüttelte mich und versuchte verzweifelt mich aus meinem leichtsinnigen schlummer zu wecken wie immer ihr seid was ihr immer hier vor habt hütet euch vor dem schicksal denn es es hat sich gegen euch verschworen beinahe unter meiner hörer keine gute warnung da ist primella oder brillbarer liebe namara ich hoffe es geht ihr gut ja wir haben den gegen zauberer ab 1000 sagen ich stehe tief in eurer schuld wenn ihr irgendetwas für euch tun kann so sagt es mir und ich werde alles daran setzen denkt die zukunft von schwer der stoff aus dem legenden sie müssen wir bist du denn rübs tritt aus ja es gibt es gibt auch leute im baldos geht die so mit uns reden wenn wir eine bestimmte niedrige gesinnung haben also wenn wir zu gut sind wollen die mit uns nichts zu tun haben eine bürgerliche das wollen wir uns ja dem stören noch ordentlich umschauen habt ihr sie wie bitte was meint ihr nichts nur eine verwechslung aus so jetzt ab ja du hast wohl ab okay das war herr schatten wer auch immer herr schatten war ein grünschleim welche waffen benutzt kann ich gerade ach ja das gute schwert jetzt erkenne ich euch ihr seid doch diese abenteuer die unter den baditen aufgeholt haben stimmt ein führer heißt herr lisa was macht ihr hier im baldestor einfach nur die stände auffüllen oder wollte die schurken in der stadt bekämpfen böses hier im baldestor wie kommt ihr darauf habt ihr gerüchte oder sowas gehört ich habe komische geschichten über die handelskonsortien in der stadt gehört die sieben soll und die händlerliga haben sich in letzter zeit zu selbst einmal verhalten da ist dann auch dieser neue eisentor die haben einen riesigen verlassenen turm im westen der stadt mit beschlag belegt das ist eigentlich alles was ich weiß war mir ein vergnügen ein paar echte abenteuer kennenzulernen bis dann wenn niemand besser geeignet ist komm raus schleim oder dass sie von thalisa verprügeln nicht mit zu vergiften mit entgiften so dankeschön ist nichts leichter als das okay wer auch immer herrscht hatten war irgendwie hatte da auf jeden fall ein grünschleim in seinem zimmer steht hier eigentlich noch jemand wichtiges nicht dass ich sehe grüße ja ich möchte einmal königlich schlafen nicht die bürgerliche dichter und ich habe doch gesagt du bist gar kein tasse du bist meine frau hier trinkt noch ein okay der ist total besoffen das zeugs wird künstlich gealtert wisst ihr klar mit schleim und schlick und so weiter ich werde mit euch 100 ich bitte mit durch 100 bürgeln dass sie nicht losgeht und sie alle zusammen umbringen wird oder goldmünzen sind durch die mein alter freund hick okay ich habe den schleim da oben ja getötet eigentlich ihr seid ich gute seid das sind eure 100 goldstücke und so ein mist jetzt habe ich nur noch 60 mein geld ihr habt so lange gebraucht und mein hals ist so trocken geworden aber ihr seid echt gut jawohl ich habe gerade 60 goldmünzen gewonnen so er sagt bevor wir schon wieder rasten identifiziere lang schiff plus eis plus vier gegen geschosse das 50 geschossen war von acht um meine güte hier ein super schild für dich thalisa so der bogen der ist interessant adlerbogen kurzbogen adlerbogen beschützer der triaden um ihre gemeinschaft vor einem wängstigen holz fällanlage der orcs zu schützen erhielt der held hannabill der weiß von den druiden aus dem guldhammer wald diesen prächtigen bogen als die holz fällen versuchten eine hohe eiche zu fällen wodurch der damit verbunden der triade fast getötet worden wäre kam es zu einem tödlichen auseinandersetzung mit hilfe kampfstarker waldtiere tötete hannabill ganze horn von orcs um weiteren schaden am wald zu verhindern die orcs waren gezwungen ihre pläne aufzugeben wenn sie sich nicht dem fortwährenden zorn von hannabill und dem wald aussitzen wollten es verschiebt sich von selbst dass der held der den dankbaren der hand zu hilfigkeit war fort ein ein glückliches ja sogar sehr glückliches leben führte und das kann ich mir vorstellen das ist ein sehr guter bogen plus zwei tv und schaden geschwindigkeitsfaktor vier du hast nur 11 und geschwindigkeitsfaktor fünf das heißt du machst gerade zwei angriffe jetzt machst du immer noch zwei angriffe hast aber ein sehr geringeren e tv so der bogen plus eins kann damit auch weg hanschuhe oga kraft handschuhe die würden mich auf jeden fall stärker machen die könnten aber auch winz knalli könnten sie stärker machen kann ich das nämlich der einzige der keine 18 stärke hat sondern nur 16 glaube ich 15 sogar das macht die nicht gerade stark aber mit den handschuhen hat er hätte er 18 talisa kriegt eh nachher noch einen punkt also ist sie dann 19 stärke was sowieso über ist minz klote sie nicht so sehr das macht nicht gerade viel mehr ja das hier jedoch ist wichtig leitfaden der einsicht das ist das zauber buch das wissens buch was wir der priesterin von amberley nicht gegeben haben weil wir einfach der meinung war dass sie das nicht verdient hätte und weil thalisa es unbedingt lesen möchte ein typischer leitfaden der einsicht enthält eine nüchterne ja trockene analyse von rechtsstreitigkeiten historischen ereignissen regierungspolitik philosophischen abhandlungen und theorien zu den themen magie und metaphysik zwar sind diese leitfäden für die meisten die nicht zu dieser intellektualität gehören nur von geringem interesse jedoch wird behauptet dass einige dieser leitfäden sogar die weisheit bestimmter halbrucker um einen punkt vergrößert haben solche wunder sind auf einen zauber zurück zu fähren der während des schreibens auf die leitfäden übergeht leider bewirkt dieser zauber auch dass die leitfäden schon nach erst bei dem gebrauch verschwinden jo dann liest das motto dies aber schlafen ich gleich dabei ein nicht das hier so einmal lesen sehr schön um eins gesteigert jetzt haben wir wissen weisheit 18 das müssten wir theoretisch keine bodos zauber kriegen ok schade ich dachte man kriegt einen bonus zauber wenn man weisheit steigert oder nur auf bestimmten weisheitslevel 19 und 20 alles eben wird es gibt nämlich noch zwei weisheitsbücher so wir haben jetzt stärke geschicklichkeit in die halt geschicklichkeit konstitution charisma und einmal weisheit das heißt es fehlen noch stärkige intelligenz in zwei weisheit vier bücher fehlen noch von 9 identifizieren identifizieren und für dich haben wir leider kein zauber mehr so was mache ich jetzt am besten die feuerweil stäbe möchte ich ungern weg geben permanent bis wirkung gebannt wird die stäbe der blitze die gebe ich einfach mal weg die sind wir zu riskant muss ich ehrlich sagen wer hat dein betränke steinriesen stärke und das muss relativ ziert werden so du bist definitiv überladen aber das ist halb so wild das verkaufen wir alles geschwindigkeitsöl und händen trank magie band kannst du leider nur du benutzen obwohl ich glaube magie band das können wir so oft sie kann es glaube ich zweimal wobei ich nicht weiß ob ich sie nicht einmal weggenommen habe das ist alles okay nein sie kann es noch zweimal dann nehme ich sie jetzt einmal weg und gehen wir einmal hast das ist nämlich vor allem im eton nachher wichtig hast zu haben weil zurück kann sie es glaube ich zweimal sprechen genau dann kann sie nämlich sie entbannen und sie band dann andere wenn es nötig ist die witter bolzen die müssten wir auch mal nur noch loswerden so die beiden sachen noch identifizieren aber vorher allgegenwärtige autoritäten als du dich mal mit dem schweren wunden heilen das geht schneller du kannst leichte wohnen heilen auf die strecken noch mal schwere wunden auf die lebenspunkte hast du jetzt du bist voll und jetzt noch einmal minsk und da sind wir wieder alle voll geheilt jetzt schlafen wir eine runde und jetzt müsste es nachts sein wir gehen jetzt hier raus der wartet schon auf uns ich verstecke mal den rest der gruppe also immerhin die geht hier mal hin und der rest der gruppe versteckt sich in der erötenden nix unter meiner würde wir wollen ja jetzt mit immer in diesen diebeszug machen die diebesgilde ist nämlich kein unnützer verbündeter in dieser stadt und die diebesgilde sind wenigstens soweit ich weiß keine mörder also die haben es nicht so mit töten so darkbrock hatte mal ein kleines tächtelmächtel mit der herzogin wenn ihr wisst was ich meine wir wollen so 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 so